Hey Leute, was geht ab? Mein Name ist Tyler. Jeder von euch kennt bestimmt diese E-Scooter, die durch die ganze Stadt fahren. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr auch schon so einen E-Scooter gefahren seid. Und ja man, jetzt kommen die verschiedenen Arten von E-Scooterfahrern. Fangen wir an mit dem Anfänger, der nicht weiß, wie man mit dem Roller umgeht. Wo geht der denn jetzt an? Komm mal an jetzt. Achso, hier, Fahrt beginnen. Jetzt. So, perfekt, Alter. Jalla, fahr los, Bruder. Fahr los jetzt. Ich hab doch entsperrt. Warum fährt das nicht, ja? Wer hat das erfunden, die Scheiße? Wolle ich schnell, aggressiv. Wer hat das erfunden? Achso, ist doch noch nicht. Dann gibt es natürlich auch den Profifahrer. Fährt nicht mehr richtig. Wolle ich kippe sie nicht hin. Ja, richtig. Warte, da muss jeder. Was ist mein Audi? Der Gerhard Audi. Was für Anfänger. Egal. Jeder hat mal klein angekommen. Das ist eine krasse Erfindung auf jeden Fall. Und die Trickster sind auch am Start. Das ist eine krasse Erfindung. Das ist eine krasse Erfindung. Ach, guck mal, die hier, Alter. Hier, 18. Jahrhundert. Du schwörst einfach, sie ist in Steinzeit-Hängen gesetzt. Dann gibt es auch die Hecker. Die hacken die Roller mit Fake-Accounts. Dann gibt es noch einen, der alles ernst nimmt, er hält sich an die Regeln und achtet auf jedes Verkehrszeichen. Schönen Tag noch, ja? Ja. Dann gibt es noch die, die sich um einen Roller streiten. Hey, Meiner! Das ist mein Roller, den hab ich eben gesehen und jetzt will ich den haben! Mann, nein! Lass deine Finger davon! Lass deine Finger! Was schreckst du? Das ist mein verdammter Roller, lass sie mir! Nein, ich hab den seit 20 Minuten. Das ist mir scheißegal, ob du den seit 20 Minuten hast, das ist... Nein, weg! Sind wir schon fast da? Nee, wir sind noch nicht fast da, es dauert noch einen Moment. Ich wusste grad nicht, dass du auch da lang musst. Ja, aber sei nicht so ungeduldig, Mann. Ja, aber ich hab den zuerst gesehen. Ja, ist okay, ich hab den zuerst gesehen. Dann gibt es noch die Kuschelfahrer, die umarmen sich alle und fahren rum. Das ist herrlich, wa? Ja, das ist herrlich. Wuhu! Hey Leute, ich hoffe, das neue Video hat euch gefallen. Danke an jeden, der dabei war. Unten in der Bio sind alle Instagrams. Folgt uns alle. Und ja, Mann, wolltest du noch was sagen? Nee, hat Spaß gemacht. Vielen Dank. Ja, okay, die Roller sind geil. Aber es gibt einen Nachteil. Und zwar, man wird fett. Man hat keinen Bock mehr zu gehen und nimmt ganz Zeit den Roller. Warte mal, ey. Hallo, Digga, Alter, Bruder! Digga, Alter, alles klar! Komm mal, lass mal fahren! Digga, Alter, du bist ja mies dick geworden, alter. Richtiger Bierwoch. Digga, fährst du die ganze Zeit mit diesen Dingern anstatt zu gehen? Ja, mach ich auch was. Beleidig, ich tue nach Schweiz. Digga, du bist sogar am Rücken, Digga. Mach mal ein bisschen Sport, Digga. Ich will nicht, dass du so jung stirbst, komm. Hey, du hast recht. Lass die Roller stehen, geh mal ein paar Meter, jogg ein bisschen. Digga, glaub an dich selbst, glaub an dich. Du kannst wirklich was erreichen, Tala. Zieh das Ding durch und dann hast du auch wieder einen geilen Körper. Weißt du was? Lass mal deine Filme bitte. Digga, dein Ernst? Oh Mann, Alter, das ist schon richtig Spaß, Mann. Schön mal irgendwie das Tambehen dann so. Wie viel. Wie viel. Wie viel. Wie viel. Das ist mein Roller, ich habe vor 20 Minuten ihn reserviert. Ich habe es versucht, es ist nicht unnötig. Toller, alles gut. Wie geht, Jarman? Bei dir? Digga, also du bist ja mies dick geworden. Sorry, bist du mies dick geworden. Alter, was geht, komm mal. Alter, du bist ja mies fett geworden, Digga! Was für Fett, Junge? Du fährst die ganze Zeit mit dem Ding hier anstatt zu gehen. Digga, du siehst aus wie das Wort Diabetes, Alter. Digga, bewege dich mal ein bisschen, ehrlich. Jürgen, warum grinst du?